Jetzt ist es passiert. Dank euch habe ich die 1000 Abonnenten erreicht. An erster Stelle schon mal vielen, vielen lieben Dank an alle, die dabei sind. Und daher kommt nun mein Special für euch. Ich verliere heute meine Minecraft-Unschuld. Wie ihr wisst, habe ich Minecraft noch nie durchgespielt. Doch das soll sich nun ändern. Achtung, Achtung, Chess-Helfeier wird heute Minecraft durchspielen. Bleiben Sie deshalb jetzt dran. Here we go. Also, bist du so weit? Ja, nicht wirklich. Na gut. Also, Chess, was ist das Wichtigste, wenn wir in eine Survival-Welt starten? Die ersten Sachen, die wir brauchen. Holz. Holz. Dann sammeln wir mal, glaube ich, Holz. Okay. Oder? Jeder ein Baum würde reichen, glaube ich. Meinst du, dass es reicht? Jeder ein Baum. Dann mach mal jeder zwei Bäume. Sicher ist sicher. Ja, genau. Sicher ist sicher. Ich mach mal ein Bötchen. Ein Boot habe ich schon, also wir können dann auch ganz gediegen über den Ozean fahren. Du musst ein Boot machen. Ja, ein Boot lang da. Echt? Seit wann? Keine Ahnung, welche Version das war. Okay. Also, bist du bereit? Hast du alles, was wir brauchen? Nein, ich will jetzt Kupfer mitnehmen. Ich will ein Pfandglas. Da brauchen wir dann auch eine Geode. Oh nein, wo kriegt man die wieder her? Das ist so eine... Ja, wie nennt man das so... Sieht man im Wasser. Wenn ich es sehe, zeige ich es dir. Okay. Ja, dann aufs Meer oder wo bist du hin? Ja, aufs Meer. Da sind wir erstmal für die Nacht, weil... Wo ist denn die Sonne? Geht langsam unter. Ja. Sind wir auf jeden Fall am sichersten. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da unten. Okay. Ich komme. Ich hab bloß einen Apfel. Ich hab zwei. So, Schiffswracks kennst du auch, oder? Ja, kenn ich. Natürlich. 1,13 kam das ja schon. Ja. Also, ganz so out of order bin ich dann doch nicht. Wenn wir jetzt Schiffswracks sehen, dann looten wir die. Dann haben wir dann die Chance auf Schatzkarten, auf Dias und so weiter und so fort. Okay. Bei mir rendert es gerade so extrem beschissen. Ja, bei mir gar nicht. Ich pack gerade in der Luft. Et so. Was ist denn da schon wieder los? Diese Technik. Computer sagt nein. Ich denke mal, der Server kommt nicht nach. Zum... nach. Ja, ich vermute auch. Da ist doch eins. Was? Ein Schiffswrack. Das heißt? Ja, ich will aus dem Boot aussteigen und hol... Wenn du mit willst, kannst du mit. Ich sehe keine Tür. Da ist, siehst du die Küste? Nee, bei mir ist relativ dunkel. Du weißt ja, ich hab Shader drin. Dann nehmen wir Fackling in die Hand. Ja, ich muss gerade auftauchen. Wegen Luft und so. Also da auf jeden Fall gerade wieder runter. Da, wo ich bin. Guck, da bin ich. Hinter dir. Ah, da. Ja, die ist runtergefallen. Oh, mein Erd. Wieso droppst du dir auch? Ich wollte dir geben. Ach so, damit ich gucken kann. Hast du? Jetzt auch ja. Kannst du Schatzkarten lesen? Ähm... Computer sagt nein. Wir sind jetzt da oben. Okay. Wir fahren jetzt in den Süden. Und wenn wir auf der Höhe vom X sind, fahren wir in den Westen. Alles klar. Wir waren ja oben rechts. Jo, wir sind immer noch oben rechts. Hat sich noch nichts getan. Nein. Ach. Da ist auf jeden Fall ein Schiffsfuck. Ja. Dann gehst du, weil ich sehe wieder nichts mit meinen Shader. Zwölf Sekunden später. Sind wir auf der Höhe vom X? Nein, noch nicht. Aber gleich. In Kürze. Okay. Ah, Villager Outpost? Ha, ha, ha. Villager oder Pillager? Villager Outpost. Nicht schön. Da haben wir jetzt in der 1.9 in der L.E. drin. Aber was fährt drin? Der L.E. Ach so, dieses Mal. Wo bist du noch? Sprachen lernen, babbeln. Ich umrunde die Pillager ein bisschen. Ich bin in der Nähe vom Pillager Outpost. Aber ich laufe gerade aus Richtung weg quasi. Was hat denn die Schatzkarte? Äh, die Schatzkarte sagt, wir decken immer mehr auf. Nein. Doch. Einen sind Kürbisse. Ja, habe ich gerade gesehen. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben es gleich. So weit unten. Ja, müssen wir noch einen Block wegmachen. Ich nehme mal... Da drin Diamanten, Metall. Äh, Metall. Ja. Eisen. Ja, habe alles mitgenommen. Sehr gut. Fakt ist, wir müssen jetzt mal ein Dorf finden. Dass wir uns Ding besorgen können. Ähm, Pfeil und Bogen. Alles klar, Herr Kommissar. Ich bin da. Toll. Jetzt habe ich meinen ganzen Scheiß wieder eingesammelt. Ah ja. Ah, du kannst später... Du kannst paddeln. Äh. So, ich sitze hinten. Alles klar. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, das war schon unsere Traumfahrt. Oh. Das war aber... Traumschiff. Das war aber kurze Fahrt. Ernst bleiben. Das war... Wir sind hier in einer ganz anstrengenden Challenge. Oh. Oh, 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 oh. Oder hast du Lust, eine Höhle zu holen? Zwölf Sekunden später. Ah, ich bin halt so ein Unprofi. Guck, wir machen es uns einfach, ne? Wir gehen da hin. Und jetzt bloß nicht rausfallen aus dem Wasser. Na, na. Da ist ein Creeper. Ich hasse Creeper. Ich seh sie halt in der Entfernung. Was schon mit dem Zoom. Oh, jetzt werd ich fast... Puh. Ah, bitteschön, die Dame. Jetzt werd ich grad fast runtergesprungen. Ich deb. Ah, Panik. Hallo, Sir. Haben Sie ein Problem? Au. Au. Und ich höre irgendwo... Irgendwo ein Zombie. Shopping-Anschießer, ne? Ja, ja, ja. Nein. Ich doch nicht. Wie kommst du da drauf? Creeper? Nein, 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 nein. Okay. Wollen wir Pause machen? Ja. Erste Höhle, ich gleich... Alter, die Höhlen sind ja riesig. Oh, hier ist ein Skelett. Gib mir mein Achievement. Jetzt. Danke. Ah, und ich haus natürlich mit dem Fleisch, gell? Ganz toll. Clever. Es kommen Skelette... Es kommen... Sprachenlernen, Dabbel. Es kommen Skelette... Und ganz viele Zombies. Wo bist du? Wo bist du? Ja, hier. Genau, da kommen grad ganz... Jetzt kommt der Spinne auch noch. Ganz toll. Oh, da unten hat ein Skelett drin. Scheiße, ne? Kollege. Weiß ja, ich und Nito. Hahaha. Weiß ja, Nito gehen wir lieber später. Ja, genau. Bist du bereit? Nein. Gut. Also, lauf du vor, wo wir hin sollen, was auch immer. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin sollen. Einfach mal gucken, ob wir noch ein wenig Eisen finden, Biers. Bei dir ist wahrscheinlich Schweine dunkel, oder? Jo. Hier wird's ein wenig heller. Das ist nice, aber trotzdem ist die Spinne da. Ja, toll, jetzt kommt die scheiß Spinne rüber. Ja, komm rüber. Ja, du magst sie schon. Oh nein, die brennt. Schaffst du's, oder? Ja, ich hab's geschafft. Du siehst wahrscheinlich wirklich nichts, oder? Ja, doch, ich seh schon was. Also, ich hab ja ganz hell gestellt. Ich mach da das Eis und du oben das Gold. Da drüben wär noch Gold. Kannst du holen, wenn du magst. Äh, zu nah bei die Creeper. Alles gut? Jo. So ein Arschkeks. Also, da geht's dann weiter. Also, so richtig auf meinen hab ich eigentlich gar keinen Bock, ne? Nee, ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also, jetzt wäre die Möglichkeit, wir gehen jetzt nach oben. Jo. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir am dümmsten da wieder hochkommen. Entweder wir bauen uns hoch. Oder wir gehen zurück. Weißt du noch, wie's lang geht? Jo. Ja, fall da ins Loch rein. Ei, ei, ei. Au. Ich laufe dir unauffällig hinterher. Bibi, Zombie. Schups, Guys. Au. Der ist auch auf dich, ne? Ja, aber ganz massiv. Äh, hier hinten lang. Nee. Oh, äh. Äh. Einfach nicht stehen bleiben, dann passiert ja nichts. Spinnen. Baby, Zombie. Ja, wir waren nicht hier. Achtung, Creeper. Und ich hab gedacht, die arbeit mit Profis. Da oben? Da oben? Ach, da sind wir runtergekommen. Ja, genau. Ah, okay, lass mal nur. Sorry. Ah, jetzt bin ich wieder ganz unten. Jetzt bin ich gerade fast runtergefallen. Danke. Wäre ein bisschen ein größerer Absturz gewesen. Sig, war mir aber mit meinem Weg gar nicht so hoch verkehrt. Ja, fast richtig. Da jetzt um uns auf jeden Fall ein Dörflein. Boah, da kannst du ganz schön reinfallen, da in die Hülle. Autsch. Oder da. Ja, genau. Ich kann das. Was andere nicht können, ich kann's. Zwölf Sekunden später. Da können wir jetzt mal weiterziehen. Gehen wir über den Ozean? Jo, äh, du fährst genau in unser weggeschmissenes Loot rein. Nein, 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 würde ich nicht machen. Tschüss, Welt. Ade, Washi. Ja, genau. Ich hab was entdeckt. Äh, schon wieder. Oder hast du unter Wasser? Guck mal, komm mit. Äh, wieso parkst du direkt da das Schiff oben auf dem... Das ist ganz schlecht, was da grad ist. Ja. Na gut, also wir machen doch nochmal Abflug. Ja, hast du das Schiff abbaut? Ich schau da, wie ich die Kiste kriege. Zack. Jo. Bist du bereit? Ja, bin da. Für die Expedition. Alles klar, Kommissar, ich bin wieder da. Kann starten. Nein, Ocean Monument. Hast du Lust, um ein Goldblöcke zusammen? Nein, nein, hab ich nicht. Auf das Ding hab ich ja gar keinen Bock. Diese blöden Wächter, die gehen mir ja massiv auf den... Schön, Abbaulähmung, fünf Minuten. Geil. Ja, 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 so. Jess, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, wir suchen grad ein Dorf, oder? So schaut es zumindest aus. Und wir haben ein Dorf. Ja, ein Dorf. Ich steig mal aus. Eine Weizenblöcke. Ja, die nehmen wir gleich mit, oder? Machen Brot. Brot? Jo. Ich bin nicht so der Brot-Fan. Ich bin eher so der Wurst-Fan. In der Not frisst der Bauer Wurst ohne Brot. Okay. Ja, Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt da. Die Weisheit des Tages. Du könntest auf jeden Fall rein vom Prinzip her ein bisschen Holz farmen. Ganz viel Holz. Jo. Also schon mal so irgendwie ein, zwei Stacks. Holz, okay. Den Baum hab ich ja schon abgebaut. Ja, ich seh's. Ich baue halt einfach mal den Dorfbaum ab. Wie gesagt, wir brauchen ein paar Stacks. Weil wir brauchen ganz viele Sticks. Wir machen jetzt alle Vorbereitungen fürs Netter. Okay. Ich bin, ich wär dann bereit für dich. Wenn du dann deinen Stack hast, ey, deine zwei. Also zwei Stacks blanken brauchen wir, ne? Also Holzbretter. Ach, Holzbretter. Ja, das hab ich mir grad gedacht. Okay. Toll, hauptsache ich hab jetzt gleich zwei Stacks voll normal bald. Und da schüttert die nächste Höhle kurz ab. Ja, aber das ist so... Oh Gott. Schreck mich halt. Er springt von da oben runter und ich will hier grad in die Höhle rein. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Herrlich, herrlich. Oh nein, überhaupt nicht. So gar nicht. Absolut nicht lustig. Nicht. Doch, ich fand's lustig. Ich nicht. Du bist schon ein wenig eine kleine Schießkuh, ne? Ja, natürlich. Deswegen spiel ich's ja, ne? Ich wär soweit. Abwinde netter. Wir brauchen den Lavasee. Da ist ein Dorf. Schon wieder? Ja, hier ist ein Dorf. Was bist denn du für einer? Das ist ein Arbeitsloser, oder? Jetzt ist er arbeitslos. Jetzt wird er... Pass auf. Rein vom Prinzip her hat er keinen Bock. Lieber Hartz IV. Hartz IV und der Tag gehört dir. Hör auf, dir die ganze Zeit hier Jobs zu suchen. Du nimmst den Job, den ich dir geb. Hallo. Sir, haben Sie Lust zu arbeiten? Ich bin vom Arbeitsraum. Sir. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, wenn Sie bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind. Sir. Wir haben ein kleines Problem, Sir. Er denkt sich halt, oh, leck mich. Er will halt auch bei du nicht, ne? Ah, nee, der ist Bauer. Wir brauchen einen freien Villager. Der ist Bauer und der sucht seine Frau. Ja, hat kurz gedauert, aber ja. Bist du bereit? Nein. Du bist gerade untergefallen? Nein. Nein. Lauf er sie. Oh nein. Nein. So, und jetzt setzen wir hier das Wasser hin. Und das soll jetzt... Nein, 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 nein. Zu spät. Jetzt geht's. Ziem farsch. Zack, zack. Ach, verdammt. So, Portal steht. Bist du bereit? Nein. Also rein. Äh. Lauf raus, lauf raus, lauf raus. Ich bin überhaupt gar kein Film vom Näh-Tag. Hab ich das schon mal erwähnt? Nee, gar nicht. Kann ich jetzt meinen Pilz abbauen? Kannst du ganz selber bauen. Bist du soweit? Nein. Äh. Oh Gott. Eieiei, schreib mir doch nicht so ins Ohr. Du bist da nur runtergesprungen. Beruhig dich. Ich bin aber fast in Klava gefallen. Hast du die Goldblöcke? Äh, Bahn. Ja, zwölf Stück. Gib mir mal. Alle? Ja. Bitteschön. Weil wir gehen jetzt traden. Hallo, mein Freund. Hallo. Komm mal daher. Guck mal. Komm. Put, 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 put. Man, du tust ihn jetzt eingraben. Ja. Er hat, ob sie dir antroppt. Ist nicht so verkehrt. Guck mal, jetzt schmeißen wir da einfach alles rein und lassen ihn mal machen. Oh, eigentlich sind sie ganz süß, wenn sie einen nicht angreifen. Jetzt schauen wir auf jeden Fall, dass wir Enderperlen kriegen. Jo, hab ich. Äh. Wieso greifen die das Schwein an? Pass auf, dass du nicht rein gerade ist. Ach, die sind mit dem Schwein befeindet, oder wie? Ja. Wir machen es uns ja einfach. Wir sind ja faule Säcke, ne? Hast du so gesagt. Gut, dann hat es traden uns hier gar nichts gebracht, ihr Affen. Müssen wir doch weiterlaufen. Ich höre schon wieder irgendwas. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, um uns zu holen. Bleib doch mal geschmeidig. Nein. Angst. Panik. Das ist nur das Neter. Neter. Nur sagt er, wie komme ich da jetzt rüber? Okay. Äh, ich fühle mich hier nicht wohl. Ja, beruhig dich. Locker bleiben. Ich habe ganz schwitzige Hände. Echt, jetzt schon? Ja, natürlich. Wir sind für eine Okay-Festung, ne? Ich weiß. Ich will ja ehrlich gesagt gar nicht. Ah, wieso läuft das Schwein mir hinterher? Das ist das arme Schwein. Ja, aber das hat mich fast runtergeschopft. Ach. Schwarzstein. Ist das Schwarzstein? Schwarzstein ist eine Bastion. Ja. Hast du Lust, Goldblöcke zu besorgen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Ja, wo noch? Das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal ganz, ganz gemütlich rein, würde ich sagen. Ganz langsam und schild. Ich dachte, da darf man sich nicht reinbauen. Jo, jo, das geht. Die machen mich ganz leicht nervös. Kommst du mit? Ja, ich bin da. Mach hinter dir zu. Müssen wir echt gucken, dass wir da irgendwie rüberkommen, ne? Deswegen bauen wir uns jetzt einfach hier eiskalt rüber, würde ich sagen. Flup, 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 flup. Ich habe immer noch meinen Pilz in der Hand. Bist du noch da? Geistig aufnehmbar. Nein, überhaupt nicht. Ich bin immer noch unter Stress. Bist du da, bist du da, bist du da? Ja, ich komme schon. Wenn es mal wieder länger dauert, weißt du doch. Ja, du lachst da. Ich finde es super. Ich finde es voll anstrengend. Es gibt niemanden, der es nachvollziehen kann, außer der Max. Der hasst das nämlich auch alles. Eine Ewigkeit später. Ich, 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 ich habe eine Festung gefunden. Was? Da hinten? Ist das ganz eine Eck? Äh? Ja, 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 ich sehe Ziegel. Nee, der Ziegel. Eine kleine Schlucht. Mach dich zurück. Doch, immer. Ich höre, ich höre was. Ich, ich höre Skelette. Ist egal. Nein, ist nicht. Ist ein Witter-Skelette. Ist egal. Das Geräusch kenne ich nämlich nicht. Ist egal. Deine Nerven. Ja, meine Nerven. Hallo. Oh, ja. Erschrick mich halt. Ich habe den Spawner gefunden. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir die Drogen killen. Au. Ich brenne. Wir haben jetzt zwei. Ich esse nochmal mal. Ja. Nummero drei. Äh. Alter, leck mich am Poppes, ey. Nein, natürlich genau jetzt. Spawned eine. Geht da jetzt was? Wie flammert ein Vieh? Au, ich brenne. Nein, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Eine Ewigkeit später. Gut. Abfahrt. Alles klar, Herr Kommissar. Viele Monate später. Bist du bereit, in der Pellen zu fahren? Nein. Wir müssen aber. Äh, was hast du für einen dummen Weg ausgesucht? Ich glaube, da kann man da außen rumlaufen? Nö. Nein, komm mal her. Setz dich rein. Okay. Geht schon wieder. War alles halb so schlimm. Hast du Lust, eine Treasure Bastion zu glooten? Ja. Die sind übelkrank. Also die tun auch Aua. Die tun Aua. Aber guck mal da unten, was du da unten kriegen könntest. Nein, danke. Ne? Ne. 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 Hey, wo soll man rein? Jo. Tschüss. Aaaaaaah. Okay. Ich habe Angst. Mami. Oh, da ist schon wieder Schlucht. Da unten ist ein Enderman. Echt? Ja, hier in der Schlucht. Wollen wir ihn hochholen? Ich guck dich an, du. Oh, der müsste jetzt hier wahrscheinlich gleich auftauchen. Oder auch nicht, oder? Herr Enderman? Wo bist denn du, blöder Enderman? Der kommt nicht hoch, der Trottel. Gott, bist du dumm, ey. Hier muss irgendwo noch ein Enderman sein. Da ist er. Äh. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich. Okay, und jetzt? Stopp von der. Okay. Eine. Auf die Klappe. Und er droppt die letzte Enderwelle. Yippie, ja, ja. Wir haben es geschafft. Ha, ha, heißt das jetzt, wir können endlich aus dem Netter verschwinden. Ja. Ja. Okay. Jo. Wollen wir das Portal bauen? Ja, bitte. Ich will heim. Weil wir so schön sind, so schlau. Feuerzeug, Feuerzeug, zack. Und raus. Wird wahrscheinlich voll höhlich so eine Höhen spawnen oder so. Irgend so eine Scheiße. Heim, 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 heim. Was war jetzt? Wird das heute noch was, oder? Du bist weg. Ich habe es mir auch gerade gedacht. Natürlich sind wir voll in der Höhle gespawnt. Uuuuh. Nush Cave. Nush Cave. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind in einer schönen Höhle gespawnt. Oh Gott. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall das Endportal. Am besten, wir gehen jetzt erstmal an die Oberfläche irgendwie. Zwölf Sekunden später. Bist du bereit, das End zu finden? Juhu. Oder eigentlich nein. Also die erste Fliege da, guck. Jetzt laufen wir in diese Richtung. Okay. Nein, in diese Richtung. Okay. Ja. Immer noch in die Richtung. Oh Gott, ich soll auftauen. Ah. Drücken. Werfen wir gleich nochmal eine Enderperle, oder? Jo. Ich würde sagen, Mitte Insel. Hier. Okay, warte. Soll ich werfen? Jo, werf. Ui. Oh. Also hier ist irgendwo das End. Auf dem Festland. Ja, und jetzt? Wenn ich jetzt zu dir runter springe, ich habe Federfall 1. Starbe ich dann? Lass doch Wasser runter. Achso, stimmt. Aber dann kannst du ja nicht weiterbuddeln. Nein, kann ich nicht. Deswegen wartest du, bis ich das scheiß End gefunden habe. Das kann doch nicht sein. Wo ist das denn? Zwölf Sekunden später. Bist du da unten? Ja. War ganz schön weit. Hast du es schon gefunden? Klar, ich hoffe gleich. Es wird nämlich dunkel. Oh, ich habe es. Bin da. Dann spring runter. Jetzt? Ja. Ui. Das war jetzt. Jetzt habe ich echt Glück gehabt. Hallo. Jetzt müssen wir es entzuchen. Ich habe Angst. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Take Aim. Und. Ich bin jetzt auch weg. Aber frei. Wir nehmen natürlich keine Tür. Wo ist das End? Hallo. Da die Treppe runter? Nö. Wenn du eine Treppe gefunden hast, ist das schon mal gut. Die könnten wir vielleicht gleich benutzen, wenn wir hier diese Etage mal abgeklärt haben. So eine runde Treppe halt ist da nach unten. Ja genau, die gehen wir mal runter. Hallo. Hallo. Ich höre einen Silberfisch irgendwo. Echt? Hier auch. Da vorne. Kommt. Kommt hier. Ja, ja. Wie ein Silberfisch? Ich habe die Bibliothek. Der Silberfisch hintet mich. Da kommt schon wieder einer. Das gibt es noch nicht. Aber bleiben. Das ist ein Spawner. Nee, da ist kein Spawner. Sonst wäre nämlich da das End. Da ist aber ein Spawner. Hier ist der End. Ist das brutal? Ja. Ja, dann lass das mal so. Komm mal mit. Ich habe die Bibliothek gefunden. Und was kann die? Das sind Bücher zum Verzaubern. Wenn wir Glück haben, gute. Ein paar Sekunden später. Nur normale Bücher. Echt? Ja. Okay, dann gehen wir ins End. Komm mit. Ab ins End jetzt. Es reicht. Es reicht. Okay. Bist du bereit? Nein. Wieso fragst du überhaupt? Ich kann auch eine platzieren. Bevor wir jetzt gehen, ich besorgen noch ein paar Lücke. Schnips, Schnips. Bist du bereit? Nein. Die Kristalle musst du halt machen. Kaputt machen. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie gespielt. Drei. Zwei. Eins. Jump. Plattform. Ich baue eine kleine Plattform rüberwärts. Ich sehe noch nichts. Hör jetzt. Ich bin das erste Mal im End. Einfach nicht verkrampfen. Und nicht überventilieren am besten. Ziehst du die Kristalle auf den Obsidianen-Türmen? Ja. Wenn die nicht weg sind, können wir den Endermänner töten. Äh, Enderdrachen. Guck. Ein Kristall weg. Schieß den Kristall mal ab. Den kriegst du hin. Den da hinten? Ja, den kleinen. Ich müsste erst mal treffen. Okay. Da ist noch einer. Oh nein, Atem. Muss ich aufpassen. Ich habe nur noch dreieinhalb Beherzen. Oh, das ist schlecht. Alles gut. Haben wir alle weg. Oder? Nee, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir haben genug Pfeile. Ja, da oben ist noch einer. Drache kommt runter. Äh. Hab ich? Ja, ist kaputt. Ist kaputt. Hab ich erwischt? Okay. Aber frei. Alter, bist du laut. Wer? Könntest du? Nee, der Enderdrache. Guck, könntest du nicht jetzt quasi so schlagen. Da musst du aber übelst aufpassen, weil er schießt sich sonst in die Luft. Ich probiere es jetzt einfach mal. Der ist gerade im chill and ding Modus. Ist er auf mich getriggert? Ja, ne? Ja. Kann ich ihn angreifen? Guck, jetzt hat er mich hochgeschossen. Und ich bin tot. Ernsthaft. Ja. Du schaffst es. Wenn ich halt fett allein wärst. Mit diesem fucking Enderdrachen. Äh. Zwei Hits noch, Jess. Zwei Hits noch. Das werden wir doch jetzt noch schaffen. Äh. Komm her. Du Sau. Halleluja. Einer. Ein Hit noch. Vielleicht doch noch zwei. Nein. Er kommt. Er kommt. Er hat mich. Komm. Du. Lausbohr. Atem. Ein Hit, Jess. Ein Hit. Ja. Eine goldene Platte wär nicht schlecht. Eine goldene was? Ja, ein Hit. Eine goldene Platte. Achso. Eine goldene Schallplatte. Jetzt geht er runter. Treff, treff. Treff, treff, treff. Schlag ihn auf den Kopf. Schlag ihn auf den Kopf. Auf hin, Leute. Schlag ihn auf den Kopf. Irgendwo unterm Hals. Jo. Perfekt. Alter, ist das laut. Du hast es geschafft. Minecraft-Böde zu spielen. Also hobbel ich jetzt in das. Genau, dann bist du wieder zurück. Okay, ich hobbel mal zurück. Ja, da kommt der Endscreen. Also, der Abspann. Den habe ich noch nie gesehen. I see the player you mean. Jazz Hellfire? Ich hab's geschafft. Yes, take care. It has reached a higher level now. Ja, das war's. Vielen lieben Dank an den Jules, der mich jetzt hier Minecraft-technisch meine Unschuld gekostet hat. Ich war nie im End. Jetzt ist es vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Willst du auch noch was sagen zum Abschluss? Ciao, ciao. A dich, was sie?